ein bisschen Ordnung schaffen da oben drin. Auf jeden Fall, hier ist ja so ein Durcheinander. Du solltest nicht immer so ein Durcheinander da machen, ne? Ich mach nie Durcheinander, ja? Das ist schon mal Grundlage Nummer 1. Hi, grüß dich. Kenne auf dem Murky Water, hab ich ja auch noch. Ja, apropos Durcheinander. Hier, da und da. Danke, was war das? Oder wollte das einer haben? Already known. So, ich stell mich jetzt in die Ecke ohne Buch. So, hier hinten hin. Mit Sicht auf die... Na? So. Okay, kurz Päuschen. Linke Kiste Federn war da. Okay, guck ich mir gleich an. Wir haben eine ganz kleine Pause, hören uns dann gleich wieder. Ich brauch mal Holz. Da draußen ist doch schon wieder Geräusch. Nein, nicht schon wieder. Uh, der Mann mit den Gummiknochen. Ich bin schon wieder aus dem Fenster gesprungen. Hey, Schneckchen. Komm mal her. Ich schieß dir mal einen feinen Popo. Bleib doch stehen. Was rennt die dann an der Wand lang? Wie bescheuert. Ist die voll, oder was? Ist doch Samstagabend. Ja, wir sollten mal auf jeden Fall ganz dringend die Kisten sortieren, ganz ehrlich. Das ist ein... Äh, jetzt wo er weg ist? Ja, ich hab aber auch ziemlich zu gemüt, die Kisten. Das muss ich mal ganz anständig zugeben, ja. Ich glaub, ich hab mir jetzt dreimal die Beine gebrochen. Und, äh... Und der Minya ist noch nicht einmal. Kann das sein? Ja. Kann das wirklich sein? Ja. Ist wirklich so. Ist auch noch nicht gestorben heute. Er auch noch nicht, ja. Aber wir dafür. Äh... Sagen wir's mal so. Ich wusste, warum er anrief. Ob wir was zusammenzocken. Jetzt weiß ich warum. Hab ich noch Pfeile? Nee, wahrscheinlich nicht. Er hat geübt. Er brauchte einen, der schlechter spielt wie er. Äh, äh... Ich hasse dich. Äh, alles voll wieder. Ich gönne mir mal ein Bierchen. Komm. Auf euch, Jungs. Auf euch. Jawohl, supergeil. Das Replay in YouTube. Das könnte ich eigentlich mal machen. Musik läuft ja eh nicht. Da könnte ich es eigentlich auch mal hochladen. Da hast du recht. So, jetzt haben wir das Ding doch bald fertig hier. Ah, ich bin nicht durstiger. Auch blöd. Klingt blöd, ist aber so. Was haben wir denn noch vergessen hier in der Stadt zu looten? Äh, die Familienhäuser, oder? Die kleinen. Ja. Also ich hab noch kein einziges Familienhaus. Haben wir dann genug Scrap? Scrap? Oh. So, da ist er wieder. So. Wie immer geiler Scene, aber leider sollte ich jetzt gehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ö und Chat. Ich bin froh, mach's gut. Schönen Abend noch. Mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Riesenboy, grüß dich. Herzlich willkommen. So, das ist schon mal noch Spiel um, dass du mich mal langsam wieder seht. Du übersiehst so viel. Das mag sein. Ach, ich glaub, das machen wir alle irgendwie. Ja, das ist normal, wenn man zockt. So, ich werde jetzt auf jeden Fall hier oben nochmal... Die, Klobürste! Wieso zweimal? Hallo? Jetzt geht's ja los. Ähm, hey Minas, finde ich richtig gut. Mach weiter so. Vielen Dank, Klobürste. So, ich hab jetzt mal ein bisschen Holz mitgebracht. Aua, du hast mir was auf den Kopf geworfen. Pass doch mal ein bisschen auf. Das ist nur ein bisschen Altmetall. Ähm, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Und zwar, sei mal so lieb. Bist du durstig? Ein bisschen nur? Hier ist eine Dose. Äh, nee, ich glaub null. Probier mal, probier das mal zu trinken. Ich brauch die... Ich brauch eine leere Dose. Ja, nein. Dann hab ich noch irgendwo eine. Ja, wieso verfeuert denn hier Holz? Das ist doch Quatsch. Komm, ich hab da Holz reingewolligt. Nein, wir haben doch Couch ohne Ende da. Ist doch jetzt dringend drin. Ist doch drin. Ich hab jetzt eine Dose. Jetzt hast du es umsonst gekriegt. So, ähm. So. War Mozilla bei dir jetzt auch weg? Ja, irgendwie. Das ist Mozilla halt. Nein, bei mir nicht. Wie wär's jeden Tag ein Livestream? Haha, wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich viel öfters für euch streamen. Aber ich muss immer noch arbeiten. Lässt sich leider nicht vermeiden. Wieso hast du jetzt hier nochmal eine Kiste hingestellt? Ach, ich weiß nicht warum. Komm her, ich mach noch einer hin. So. Sieht doch ganz cool in der Ecke aus, oder? Ja, aber das Stroh drunter, das ist das große Problem. Und? Ja gut, wenn das kaputt geht. Wenn das Ding steht, ist es an der Wand. Nee, es steht gegen Strohballen. Das ist gar nicht gut. Alles gut. Äh, dann setz mal drunter entweder noch eine Kiste. Am besten. Ja, warte. Was nehmen wir für eine, ich weiß was für eine. Wir hatten doch, ähm, Crossbow jetzt hier irgendwo, oder? Hatte einer einen Crossbow? Du hast einen Crossbow für mich, ne? Warum hast du die jetzt hingestellt und nicht an die Decke wie die anderen? Das verstehe ich nicht. Einen Crossbow, ja, kann ich dir geben. Jo. Nee, hab ich nicht. Hab ich alle verballert. Ich muss ja neue besorgen. Okay. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal ein Stück Eisen mit. Oh, noch keine. 40, was, 40 Bolzen? In der Kiste. 40 Bolzen in der Kiste, okay, warte. Oh, dann kann ja nur ganz rechts sein, oder? Ah, Crossbow walls, super, vielen Dank. Einer reicht mir. Einen kriegst du, aber nur einen. So, liegt am Boden. Gott sei Dank hab ich die vorher noch gekraftet. Ja, aber du hast das ja auch nur in weiser Voraussicht gecraftet, ne? Ja. Äh, wir hatten die, hab ich die Frames so rumgesetzt? Wer hat die umgedreht? Die so rumgesetzt? Welche Frames umgedreht? Die Woodframes. Ja, die hat die anders rumgesetzt. Wo ist mein Holz? Äh, Horde? Das funktioniert hier nicht. Horde, ich hab nichts zum Schießen. Die bewegt sich aber weg von uns. Das ist gut. Dann lassen wir sie mal laufen. Oh. Ja, so ist das manchmal. So, das ist die Supply. Ähm, dann machen wir gleich noch eine, wo wir gerade dabei sind. Ich erkenne das so schlecht, wie rum die... Ja, schön weiterlaufen. Ich seh' ich seh' das nicht. Was denn? Hä? Ich glaub, hast du den Bolzen von mir bekommen? Sag mal, wieso, wieso erkennt man das denn so schwer? Jetzt. Jetzt. Oh, ole, ole. So, warte mal, da nehm' ich noch ein paar Heubalen mit von da hinten. Dann setze ich da unten noch die Fläche ein bisschen größer. So, ich mach mal unten noch ein bisschen... Was zu essen bräuchten wir oder wurde noch was gekocht mittlerweile? Guck mal rein, da müsste was fertig sein. Was fehlt? Ich hab auch noch zwei Ei dabei, mit Fleisch. So, das haben wir. Ach, das ist Shotgun, da. Das, das, das und das. Jetzt aber. Jetzt aber! So, jetzt können wir großflächig hüpfen. Yay! Super, Mann, hab ich Eisen mit runtergenommen, um meine Spitzhacke zu reparieren. Ich... Voll Profi. Okay, danke, Spirly, ja, danke dir. So. Wir müssen auch unten mal den Eingang absichern. So. Das ist so offen wie ein Scheunentor. Kommt, ihr Schweine! Der war das. Kommt, ihr Schweine! So. So. Hallöchen. Ich hätte doch was für dich. Was denn? Ich möchte mal den Hut von der Rübe schießen. Ich möchte doch was für mich. Hier läuft immer noch einer ohne Schuhe rum. Ich. Der Moor. Ähm. Ich wollte mal die Dings durchlernen, die Bücher, ne? Ja. Hunting Rival, Hunting Rival, Hunting Rival Book, können wir stacken. Hatte ich nicht noch Pipes? Hallo zu Azuralia, Azuralia ist doch schon länger da. Ich hab doch schon Hallo gesagt. Wieso? Pipes? Pipes? Nein. Pipes hab ich nicht. Der Bottle Water. Und da mit rein. Ich muss auch mal irgendwie noch mal ein bisschen sortieren hier, glaube ich. Leere Gläser, wunderbar. Ich brauch auch nicht was zu lesen hier in der Apokalypse. Ilian Kaita, grüß dich damit. Schade, dass Floy nicht mehr da ist. Ich mein, Floy war doch weg. Ehrlich. Stefan hast du heute Minecraft gekauft? Cool. Wir waren mal durch den Chat mal lesen. Minecraft, die geht. Nein, das ist okay. Minecraft-Germann-Spiel. Ja, und Mods geht so ein. Wir haben ja so viele Rebar-Frames. Wir hatten so viele Rebar-Frames gecraftet. Die hab ich gefunden. Ah, wie krass. Wie viele? Wir hatten so viele. Ja, ja, die waren in dem Store. Ich hab leider eine Kiste kaputt gemacht. Ach, wie geil. Okay, cool. Ja, könnte ich mal machen. Wenjas? Ja. Komm mal. Ja. Ja. Cool, danke. Ja. Hat jemand noch ein paar Pipes übrig? Hab ich gerade verkraftet, aber nimm dir doch einfach ein... aus dem linken, glaub ich. Nimm dir ein paar raus. Hä? Wo ist denn das ganze Eisen hin? Hat die so jemand rausgenommen? Hast du den kompletten Stack jetzt entfernt? Ja. Mach mal lieber eine Kiste dafür. Ja, mach ich jetzt da drüber gleich. Dann mach ich da normale Kiste. Hat jemand einen normalen Stein? Nee, gell? Nee. So, Kistchen. Kistchen. Da. Hier. Hier können wir uns reinmachen. Ich werf erstmal meine restlichen Waffenteile erstmal raus. Was schmilzt eigentlich in dem anderen Ofen? Gar nichts, ne? Und das ist jetzt noch nichts, ne? Hm, okay. So. Das hab ich einmal. Dann hab ich das und das. Aber die eine Kiste ist doch recht sortiert, oder? Da haben wir doch hier... Oh, ich muss mal das hässliche Fleisch loswerden hier. Pack's hier in die Ecke. So. Die eine Kiste ist doch einigermaßen sortiert. Die Essenskiste zumindest. Aber die zweite Essenskiste ist ja voller Waffen. Wo haben wir denn... Brass und den ganzen... Da. Wo haben wir eine Bezinkiste? Das ist hier hinten hin. Dann machen wir da einen Blutbeutel rein. Hattest du nicht eine Kiste gemacht für das Eisen? Nee, gell? Ach, da oben hängt sie. Ach, ich guck immer nach unten. Ja, aber in der Decke ist halt der Vorteil, dass sie halt nicht zerstört wird, ne? Hab ich mir nicht eben... ...Apps genommen? Ach doch, da, ja. War mir egal. Hier, die ganz linke ist doch eine schöne Waffenskiste. Also bis auf die Iron Pickaxe, die da noch drin ist. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt muss ich das Ding erstmal ganz machen hier. Mach dir noch Spitzen! Wir machen gleich Spitzen, Spitzen. Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Wie lange haben wir denn? Tag vier. Wir haben noch Zeit. Wir liegen echt sehr gut in der Zeit. Echt? Ja, ich bin schon. Also ich geh jetzt auf jeden Fall auf die Suche nach noch weiterem Eisen. Oh Mist. Ist auch leer. So, das Ding ist links wieder ganz. Das ist auch ganz. Wir machen doch irgendwo... Was ist denn hier eigentlich? Hier sind doch noch Eisen. So, das ist ja Quatsch. Ich mach jetzt erstmal alles ganz, was ich hier hab. So, sehr schön. Wenn du den Wutten klappst, da bräuchte ich Sticks für. Was haut denn der eigentlich drauf? Fünf nur. Der hat ja nur fünf. Und der hier? Zwölf. Das war eigentlich schon besser, ne? Auch wenn der lila ist. Was denn? Macht er mehr Schaden. Nichts aus, Dauer. So. Brauchen wir Holz, dann geh ich Holz holen. Okay? Spikes. Spikes. Ja. Sollten wir um eins versenken, auf jeden Fall. Deswegen sollte man einen dicken Graben, also zwei breiten Graben. Und wir sollten aber überlegen, ob wir die Wand nicht absichern mit Stahlbeton. Das ist ja ein Riesengebäude für Spikes zum Absichern. Ja. Ja, wir könnten ja, wir könnten, wir hatten doch nochmal einen Innenhof gemacht, oder? Für die reinlocken ins Haus. Von durch den Eingang. Ja, meine Idee, ne? DJ Maik, hi, grüß dich mal lieber. Geht Häuser looten? Machen wir noch. Ich glaube, die Stadt hier rundherum ist relativ groß. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was, um Material zu suchen. So bescheiden für Eigenwerbung, ja. Wie kraftig Pfeile, du hast auch eine Suche, du kannst auch hier eingeben oben. Hier. Es gibt einmal die Crossbow Balls und einmal die, also die Crossbow Balls machst du hier aus Holz, Federn, Stein oder Knochen in der Mitte. Und die, ähm, Arrows. Genauso, nur dass es eins nach oben rechts versetzt. Ähm. reinlegen muss. Ich finde, so eine lila, eine Axt hat schon was, ne? Zwei Schläge, der dicke Baum weg. Eine lila, eine Axt? Die hat sie aber gefunden. Die hat sie nicht gecraftet, wa? Ja, ja, gefunden, klar. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich kriege hier auf jeden Fall noch gut Scrap Iron dann gleich zusammen. Die haben uns übrigens ein gutes Erdgeschoss zerdeppert. Ja, ein bisschen. Also wir sollten überlegen, ob wir dann irgendwie nochmal das Tier, die Löcher zumindest flicken in den Wänden. Ja. Habt ihr die ganze Stadt euch schon angesehen? Mehr oder weniger? Null. Wir waren, als du zu uns gestoßen bist, waren wir gerade mal in dem Haus hier und in den Nachbarhäusern vielleicht. Wenn wir mit dem Schießen, das hab ich auch schon mal besser drauf gehabt. Wir müssen einfach nur dicht genug dran. Ach, die haben alle nur so Bücher-Scheiß mit dabei. Muss ich nur was trinken? Ne, was trinken, was essen müsste ich. Du hast ja oben noch was zu essen, oder? Zu essen? Ja, genau. Die haben das eine Feuerwehr. Also wir können Ham & X machen. Wir müssten eigentlich genug Schwein und so ein Kram haben. Ja, machen wir das sollten wir gleich machen, ja. Bauen wir uns noch hier das letzte Regal ab. Baut ihr noch ein Dorf? Das werden wir in dem Stream nicht schaffen. Neben dem Livestreams musst du eigentlich fast immer, wenn wir auch wie bauen, ein Dorf. Naja, es ging immer rum, weil wir im Let's Play gesagt haben, wir machen ein Dorf wahrscheinlich. So, das sieht doch ganz gut aus. Dann geh ich mal hoch und... Hau den Shit mal ins Feuer. Nein, heute wird nichts anderes mehr gezockt, außer Seven Days. Mensch, das ist immer eine Frage. Immer was anderes, wie lange noch? Das ist immer die gleichen Fragen. Jo. Du antwortest auch immer wieder. Ja, das ist wahrscheinlich... So. Wisse, das ist das Gute bei mir. Eine Kathedrale in der Apokalypse, genau. Also was Schönes Christliches, das müsste man mal bauen hier. Da hast du recht. Amalia Morales, willkommen in den Synapsen. Ich meine, du bist ja schon länger dabei, aber jetzt hier ganz offiziell. Herzlich willkommen. Meine Liebe. Heute klingt irgendwie das voll Stereo, der Ton. Leute, Prost miteinander. Salute. Amalia Morales, seit vier Monaten. Respekt. Seit vier Monaten in the row, Amalia. Meine Liebe. Sehr schön. Super. Freut mich sehr. Wenn ich mal groß bin, habe ich auch mal einen Twitch-Partner-Status. Da würde ich mich auch mal freuen drüber. Ich habe sie auch mal angeschrieben, aber die wollten ja nicht. Wenn hast du wo angeschrieben? Ich habe Twitch mal angeschrieben, ob ich auch mal Partner werden darf. Da brauchst du natürlich schon 500 Zuschauer. Habe ich doch. Nein, Zuschauer. Regeln wir jetzt im Stream. Ja, meine ich ja. Habe ich doch. 500. Bald. Baum. Ja, leider, leider. Hast du schon zockt? Du ähnelst vom Aussehen ein wenig wie Jochen Malmsheimer in Jung. Okay. Gibt es das Kompliment? Ja, wahrscheinlich. So, jetzt 7 Minuten 20, für 7 Minuten 20 Couch-Teile irgendwo rein. 7 Couch-Teile rein. Siehst du, jetzt gehen sie mir aus. Die Pfeile. Ja. Ich will gerade mal ganz kurz. Hatte ich da eigentlich meinen Crossbow mitgenommen? Nee, gell. Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. Mit dem Rücken zur Scheune. Nee, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. So. Ihr könnt ja mal mit einer weiblichen Person streamen. Also meine Frau ist heute im Kino. Grundsätzlich, warum nicht? Das Verhältnis in der Hirnsturz-Gruhe mit Frauen ist halt nicht so hoch. Hä? Ist sie jetzt verstärkt? Ach ja, tatsächlich. Richtig, Blender. Da hast du wahr. Aber Twitch hat halt so seine eigene Arten. Kommt bald eine neue Folge Bone Praying Bros. Ich hab's vorhin schon mal gesagt. Ähm, normalerweise hätte morgen eine kommen sollen. Aber wir haben nicht weiter aufnehmen können. Und, äh... Chris, Morte, willkommen bei den Synapsen. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Der Chris, aha. Ähm, Bone Praying Bros. Hätten morgen eine Folge kommen sollen. Wir konnten leider nicht weiter aufnehmen. Und der Herr Beam ist im Witcher 3-Aufnahmestress. Und von daher, ähm, wahrscheinlich erst ab Mittwoch. Aller Voraussicht nach. Wie war denn das bei den Keulen mit dem meisten Schaden? Mit den Keulen mit dem meisten Schaden? Ja. Ich muss euch mal fragen, wo habt ihr dann den Eingang versteckt jetzt? Ich seh, ihr habt ja alles zugemacht. Ich bin gar nix... Ich mach gar nix vorne. Also ich... Ich hör jemanden nageln, aber ob der den Eingang grad zumacht? Ich hab das ganze Haus hier zu. Nee, warte, warte. Hier ist ein Heuballen. Den hab ich offengelassen. Wo ist dann hier? Ja, bei der Treppe. Normaler Eingang. Ich komm jetzt nochmal raus. Hier zu Subhype, genau. Ah, schön. Kann man das hier nachreparieren? Kann man Heuballen nachreparieren? Nee. Na? Wollen wir wetten? Doch, geht. Und mit was? Mit den Heuballen? Einfach... Ich hab einfach den... Ich hab den Heuballen repariert. Wir brauchen Federn. Wir hatten da Heu hingelegt. Da liegt ja Stroh. Wir brauchen dringend Federn. Wir müssen mal ne Höhle finden. Wir haben ja noch nicht gesucht, ne? Der Tag geht immer zu... Nein. Weißt du was? Haben wir dann schon Höhen gesucht? Naja, ich weiß wo eine ist, also in der Nähe. Aber das ist ein ganz schöner Ausflug. Ja. Daran soll's ja nicht liegen, ne? Ich geh jetzt mal hier hinten raus und guck mal, ob ich dann auf der Möp vielleicht eine sehe. Ich lauf mal hier nach oben. Vielleicht seh mal... Oh. Essen. Da läuft Essen rum. Essen, warte. Warte, Essen. Wo ist es da? Yay. In your face, bitch. Ich mach mir nochmal einen Schwung fein. Fünf Stück wenigstens. Shit, die jagen das Schwein. Die jagen unser Essen. Lasst Miss Piggy in Ruhe. Warum hat Minyas eine Maske auf? Die jagen unser Essen, die Schweine. Wo ist sie hin? Weg. Wo ist sie ja schön? So, und Reste. Waren. 16,36. Oh Mann, schon wieder so spät. So. Mach mal ein paar Hemm & Eggs. Oh, Hemm & Eggs. Ah, jetzt hat er mir wieder Hunger gemacht. Hm. Noch im wahren Leben, Hemm & Eggs, ne? Das wär's jetzt. So, das ist gut. Beifedern, sehr geil. Ein Ei. Ähm, wir müssen nochmal Tee machen. Also das heißt, wir müssen entweder mal anfangen anzupflanzen. Ah, ich hab doch einen Haufen gesammelt eigentlich. Muss mal gucken. Ja, wir pflanzen? Ja. Dann ist doch gut. Ach, die Sonne geht unter 17 Uhr. Ist voll doof. Der Tag ist schon wieder zu Ende. Hm. Geht schnell irgendwie heute. Ja. Meint, die erste Etage jetzt separiert? Die Löcher? Wird noch was liegen hier? Nee. Ach, Leder. Kaut. Ja, ist gut. Der Eisenfuzzi! Mein Lieber. Der Eisenfuzzi? Cool. Also, wenn ich mich renne, ist das mein Freund der Igor, oder? Eisenfuzzi. Kann das sein? Guten Tag, Frau. Hallo, Frau. Na? Oh, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Wie war der Film? Sie hört's nicht. Was denn? Wie der Film war. War super. Ich hab ihn ja jetzt schon zum zweiten Mal geguckt. Ich war am Donnerstag drin und heute gleich nochmal. Okay, cool. Ja. Schön. War gut. Die Sonne geht unter und... Pitch Perfect 2. Pitch Black kenn ich mit Vin Diesel. Cooler Film. Pitch Perfect. Das ist was anderes, ne? Ja. Das ist bestimmt was anderes. Klingt nach einem Männerfilm. Das ist Pitch Perfect, ne? War ein bisschen unter Mädchenfilm. Der Eisenfuzzi ist nicht, mein Freund der Igor. Okay. In Directors. Eins genügt. So nett und spende mal Blut für euch. Nein, mach das nicht. Einer geht noch, oder? Einer geht noch, oder? Einer geht noch, oder? Noch einer geht. So, ich hab nochmal Blut Packs hier reingelegt. Wunderbar. Hätte ich aber auch ganz gern mal die Pille hier dafür. So, ich komm jetzt wieder nach Hause. Ach, so ne Frauensülze. Ey, Klaus, glaubst denn du? Sollte Minja jetzt ja nicht zu Hause sitzen. Die Steine waren alle, ja? Also ich hab noch 34. Guck mal, Wodan hat schön alles vernagelt. Ja. Was hast du denn in den Woodframe reingesetzt? Ah ja, okay. Kannst du rausnehmen. Ja, wir müssen dann mal, ich glaub, eine Leiter machen. Ist wahrscheinlich sinnvoller, ne? Was von der Leiter hoch machen und... So, warte mal. Einen Topf hatten wir da auch irgendwo, oder? Oh, da ist ja schon einer drin. Da ist ja schon einer drin. Also bis Tag 7 haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir liegen echt super in der Zeit. Wo ist die Couch? Da ist die Couch. So. Warum muss ich eine Pille nehmen? Weil ich... Weil ich eine habe. Und seine große Stunde kam immer, wenn er Pille nahm. Weil das so ist. Weil ich das einfach machen möchte. Ja. Will schneller wieder fit sein. Ah. Ja. Habe ich noch Fleisch. Ähm, ah ja. Ja, es ist alles drin hier oben. Nimm dir. Gut. Ich hab Hunger. Nimm dir Ham & Eggs. Habe ich gemacht. Ganz frisch. Sind noch warm. Ich nehm mir die drei Benazons mal da raus. Die Grilled Benazons. Er nimmt ja doch immer Ham & Eggs, ne? Omega und ein Boot an. Und wo dann? Willst du mitspielen? Nö. Glaube nicht. Oh, mein, äh. Welcher Zuschauer hast du noch? Ich hab 600. Ach komm. Du hast so viel Ham & Eggs. Cool. 600? Welcher? Nein, Zuschauer. Sie fragt wieder zu. Was hat er denn gehört? 600 hab ich gehört. Ham & Eggs. Es ging nicht um Ham & Eggs. Es ging. Es ging. So, ein Ringgit, ein Ringgit. Wie ist denn der ESC ausgegangen? Hat das jemand geguckt? Was? Der was? Der ESC? Nee, keine Ahnung, was ihr... Europasians Home Contest. Ja, klar, ich hab's auch genommen. Ja, natürlich. Wodan hat's aufgenommen, genau. Ach Wodan, ich hatte dich immer lieb. Ich hatte, ne? Ich hatte. Es war noch keiner drin, ne? Ah, ich hab noch Fett. Ich habe Fett. Fett. Und sie ist nicht allein, allein. Bitte, bitte, Serendipity, die spielen mit. Bitte, bitte, Serendipity. Ferdern. Ferdern, diese... Mach mal ein bisschen Krach. Was machst du denn jetzt? Das ist verrückt. Wieso? War gut abgesichertes Haus jetzt hier. Nee, nee, nee. Da musst du auf jeden Fall... Push an. Haben wir noch ne Couch? Ich mess mal noch ne Couch rein. Hier hinten an der Ecke stehen auch genau. Ach, jetzt seh ich hier nix mehr. Mist. Ich bin blind. Ich seh nix mehr. Also, wir mal in den, ähm... Oh, Crash. Hast du ne Brille auf? Ja, ich hab ne Brille auf. Du hast aber so... Das sieht so weiß aus, die Brille. Hier sind übrigens noch Eisen gedöhnt so oben drüber, ne? Könnte ich euch auch mal den Shit hier umsortieren. Ach so. Das Brass. Über der Kiste, hier oben in der Kiste. Fuck, bitte. Äh... Was heißt fuck? Was heißt fuck genau? Kack heißt, äh... Kack. Die Bude ist gleich voll, meinst du? Hier ist der... Hier ist der Boden eingestürzt. Hier könnte man jetzt mal so... Reparieren. Das ist... Ja, man sollte das Regal auch erst oben abbauen, dann unten. Oh. Da läuft einer. Ja, das bin ich. Ich. Wimstenfalls. Wir haben irgendwie hier kein Licht hier oben. Da rennen sie. Ich glaube... Oh, ich bin Hunted. Komm mal rein. Was bist du? Nein. Hunted. Äh... Ich guck mal... Ich bin sehr ernst. Gras hab ich noch. Tello hab ich noch. Ne, Animal Fat hab ich noch. Wo hab ich noch? Tello hab ich hier alles verbraucht. Und die Ofen brennen ohne Ende hier, ne? Naja, das muss. Der Rett läuft. Ah, super, ne? Übernachts machen wir sie an. Genau. Haben wir noch einen Kochtopf? Nee. Tee kocht da einen. Dann mach ich uns noch mal ein Feuer. Ich krieg mich nicht mehr. Da ist schon wieder so schade. Ja. Wäre ja auch ein bisschen langweilig, ne? Da kloppen sie doch schon wieder. Oh, nee. Das ist nicht gut. Keine Pfeile mehr. Wollte mich verarschen? Jetzt. Gibt's das? Einer ist tot. Hallöchen. Vorher ich mitkämpfe muss, dass wir die Haare zusammenbinden. Den Frame da oben hätte ich stehen lassen. Wollte ich hier noch ein Blut bringen? Nein, danke. Warum hast du nur den Frame da oben weggenommen? Das ist ja ein Dippity Hype, genau. Sehr Dippity Hype. So, ich setz mal den Frame wieder da oben dran. Daran kam er aus? Ich dachte, da wäre einer gewesen. Ich komme jetzt nicht mal rein. Was macht die Fähigkeit? Ja.